So, das Lied geht über 3W, also ich brauche Wasser, ich brauche Wi-Fi für die Information und die Toilette für die Hygiene. Und das sollte überall in der Karte sein. Oh je, oh je, oh je, wie ich es wohl sehe, mit Wasser, Wi-Fi und WC. Ein entwickeltes Land, schon verstehe, Wasser, Wi-Fi und WC. Wasser, teuer am Kiosk kaufen, die Geld für die teuren Mieten brauchen. Dafür den Konsum an Fecht machen, mit Abfall noch Geschäft. Oh je, oh je, oh je, wie ich es wohl sehe, mit Wasser, Wi-Fi und WC. Ein entwickeltes Land, schon verstehe, Wasser, Wi-Fi und WC. Wi-Fi hat doch jeder bei uns. Mit Herzspot helfen eine Illusion. Wie sich gut informieren, wir wollen doch lieber ausspielen. Oh je, oh je, oh je, wie ich es wohl sehe, mit Wasser, Wi-Fi und WC. Ein entwickeltes Land, schon verstehe, Wasser, Wi-Fi und WC. WC, das kostet halt immer Geld. Schon funktioniert Kapitalistenwelt. Wie steht es um Hygiene? Wenn ich mich für Geld hier schäme, das alles könnte kostenlos sein. Die Manager sehen das nicht ein. Als öffentliche Aufgaben müssen wir das tragen. Ein Stückchen Lebensqualität, in Zukunft wohl verstehe. Oh je, oh je, oh je, wie ich es wohl sehe, mit Wasser, Wi-Fi und WC.